Beim zweiten Startkommando hat alles gut funktioniert, alle Athletinnen sind gut in die Strecke reingekommen und jetzt geht es mit extrem hohen Schlagzeilen hier auf die Streckenhälfte zu. Die Mittelbahnen haben hier die Führung übernommen, die ersten vier Boote sind das, was man werden möchte, beziehungsweise die ersten vier Plätze, die man erreichen möchte, wenn es heißt direkter Weg ins Halbfinale A. Das sieht im Moment gut aus für die Paddlerinnen aus Portugal, Kroatien und Polen. Die drei Führenden aus Portugal, Gowachinovich von Kroatien und Polen. Sie hat jetzt diese vierte Position inne, die den direkten Weg ins Halbfinale A bedeutet, aber auf der Bahn 2 kommt ganz stark auf die Paddlerin aus Estland. Portela of Portugal's had a great race. She's kept her rating relatively low compared with one or two others on the field, but nice long powerful strokes and that's enough for her to keep ahead of Croatia and Poland. That's the leading trio. Who's going to come across in that crucial fourth position? Israel's going to take that slot barring any last-minute disasters. And here she comes, Daria Budhiskaya for Israel, completing that four. And if you're in fifth, like our Estonian Federova, then you have to keep an eye on the time in the other heats. And here she comes. 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 Untertitelung des ZDF, 2020